Wir sind die Dutch Oven Brothers aus Rheinland-Pfalz und kommen aus dem tiefen Westerwald sozusagen eigentlich. Mein Name ist der Kai, steht auch hier drauf. Mein Name ist der Basti und wir machen das seit 2020, unseren YouTube-Kanal. Wir wurden von dem lieben Jürgen eingeladen und hier auf den wunderbaren Festival mitzukommen, beim Setzer, bei der Landmetzger-Setzer und Impulsionen, Basti. Was haben wir? Nehmen wir mit? Ja, also erstmal dieses Zerlege-Seminar, mega. Also wirklich die Katze und alles, die der Volker uns geschnitten hat. Kann man nur empfehlen. Hier kann man richtig gutes Fleisch bekommen. Das lohnt sich auf jeden Fall, das Fleisch. Wir hatten einen riesen Tamahawk, das hatte locker drei Kilo, sag ich jetzt mal. Dann hatten wir ein Entregot gehabt. Wir hatten jetzt Rindernacken, die wir noch verwenden werden. Flinksteaks haben wir. Also es war die reinste Sahne. Beinscheiben haben wir. Beinscheiben haben wir noch drauf und wie gesagt, es war wirklich sehr, sehr gut und wir nehmen mit, sehr, sehr viel Kontakte zu den Leuten, die wir hatten. Spaß, tolles Wetter, gute Stimmung und ja, das war es eigentlich. Vielen Dank. Vielen Dank.